Dieser Song ist 100% KI generiert. Außerdem, Google hat auf sich aufmerksam gemacht und die Leute erinnert, dass sie ebenfalls KI-Modelle herstellen. So haben sie das Modell Gemini 2.0 veröffentlicht, das durchaus überzeugende Argumente bietet. Außerdem gibt es den neuen KI-Bildgenerator Lumina 2.0, neue KI-Videogeneratoren, Open-Source-Musikgeneratoren, zudem gibt es mit Janus Pro ein weiteres Modell von DeepSeek, Alibaba hat mit QN 2.5 Max ebenfalls ein Top-Level-Sprachmodell veröffentlicht, sowie Infos über 3D-Bildgeneratoren, das und mehr in diesem Video. Das im KI-Wettrennen ein wenig ignorierte Google hat Gemini 2.0 Modelle veröffentlicht. Die Modelle erreichen zwar nicht die allerbesten Ergebnisse in Benchmarks, jedoch sind diese trotzdem gut genug und kosten dabei nur einen Bruchteil von Konkurrenzmodellen. So kann zum Beispiel Gemini Flash 2.0 in zahlreichen Benchmarks mit Modellen wie GPT-4O und Claw 3.5 Sonnet mithalten, aber kostet sogar weniger als GPT-4O Mini, weshalb dieses Modell im KI-Universum eine Daseinsberechtigung bekommen hat. Diese aktualisierte Gemini 2.0 Version umfasst mehrere Modelle, darunter das Flash 2.0 und 2.0 Pro Version. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieses Modell über ein großes Kontextfenster von 2 Millionen Tokens verfügt, was eine umfassende Analyse umfangreicher Dokumente ermöglicht. Zudem wird das kosteneffiziente Modell 2.0 Flashlight eingeführt, das eine bessere Qualität als ein Vorgänger 1.5 Flash bietet, jedoch die gleichbleibenden Kosten und Geschwindigkeit. Alle Modelle unterstützen multimodale Eingaben, so könnt ihr zum Beispiel auf deren Webseite auch Bilder hochladen und diese analysieren lassen. Luminar Image 2.0 ist ein neuer kostenloser Open Source Bildgenerator, der durch seine hohe Qualität im Verhältnis zu seiner kompakten Größe hervorsticht. Mit lediglich 2 Milliarden Parametern ist er deutlich kleiner als vergleichbare Modelle, wie Flux, das 12 Milliarden Parameter umfasst. Diese reduzierte Größe fördert die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit, während Luminar 2.0 gleichzeitig die Auflösung von 1024 Pixeln unterstützt. Die zugrunde liegende Technologie kombiniert das Open Source Sprachmodell von Google Gemma 2 als Texteingabemodell und Flux als variationalen Autoencoder, wodurch die Stärken bestehender Modelle optimal genutzt werden. Luminar 2.0 bietet zudem mehrsprachige Unterstützung für Eingabeaufforderungen und ist in der Lage, sowohl realistische Bilder als auch verschiedene künstlerische Stile zu erzeugen. Eine besondere Funktion ist die Möglichkeit, mehrere Bilder innerhalb eines einzelnen Outputs zu generieren. Zusätzlich ermöglicht Luminar die Verwendung von System Prompts, die als übergeordnete Anweisungen fungieren und die Rolle oder den Stil der KI definieren, was einen erheblichen Einfluss auf den Stil und die Qualität der generierten Bilder hat. Negative Prompts können ebenfalls verwendet werden, um unerwünschte Elemente aus den Bildern auszuschließen. Benchmark-Tests zeigen, dass Luminar 2.0 in verschiedenen Kategorien viele bestehende Modelle ähnlicher Größen übertrifft, was seine beeindruckenden Fähigkeiten unterstreicht. Die Modelle von Luminar Image 2.0 sind auf Hugging Face verfügbar, wo sie kostenlos heruntergeladen werden können. Weitere Informationen sind auf deren GitHub-Seite zu finden. UE ist ein neuer kostenloser Open-Source-Musikgenerator, der in der Lage ist, vollständige Songs aus einfachen Eingaben zu erstellen. Benutzer können die gewünschten Songtexte und das Genre angeben, ähnlich wie bei anderen Plattformen, wie zum Beispiel Zuno. Der Generator erstellt dann innerhalb weniger Minuten einen kompletten Song. Der Generator bietet auch Variationen des gleichen Songs, sodass Nutzer unterschiedliche Versionen erhalten können. Die Technologie hinter UE erfordert eine hohe GPU-Speicherkapazität, wobei 16 GB als Minimum empfohlen werden. Da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt, steht es unter der Apache 2-Lizenz, was bedeutet, dass der Nutzer es auch für kommerzielle Zwecke verwenden kann. Die Qualität der generierten Musik ist noch nicht auf dem Niveau etablierter Anbieter, bietet jedoch eine interessante und zugängliche Möglichkeit für Musikschaffende aller Art. Einen weiteren KI-Musikgenerator möchte ich euch hier direkt ebenfalls vorstellen. Refusion hat kürzlich ein neues Modell namens Fuzz veröffentlicht, das im Bereich der KI-gestützten Musikgenerierung auf großes Interesse stößt. Bereits seit zwei Jahren ist Refusion aktiv und die neueste Version bietet Nutzern die Möglichkeit, Musik kostenlos und unbegrenzt zu generieren, solange die Server-Kapazität dies zulassen. Auf der Webseite Refusion.com können Nutzer Eingabeaufforderungen eingeben und mit der Generierung beginnen. Und die Qualität der erstellten Lieder kann sich durchaus sehen lassen, so kann man auch auf der Startseite die KI-generierten Lieder anhören und diese auch runterladen. Beim Erstellen des Songs darf man keine Namen von berühmten Persönlichkeiten verwenden, deswegen habe ich versucht, einen Taylor Swift-Song zu erstellen, ohne ihren Namen explizit zu schreiben. Und schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Also das ist eine Version, das klingt schon absolut unglaublich. Also wenn ich es im Radio hören würde, dann würde ich denken, dass das ein super Hit wäre. Hier ist noch eine zweite Version. Div Splat ist ein neuer 3D-Modellgenerator, der in der Lage ist, 3D-Modelle aus Texteingaben oder Bildern zu erstellen. Die Modelle werden als sogenannte Gaussian Splats dargestellt, was bedeutet, dass sie aus kleinen farbigen Punkten im 3D-Raum bestehen. Ein zentrales Merkmal von Div Splat ist die Geschwindigkeit des Generierungsprozesses, der nur ein bis zwei Sekunden in Anspruch nimmt. Der Generator akzeptiert sowohl textuelle Beschreibungen als auch Bilder als Eingabe. Die Vielseitigkeit des Modells zeigt sich darin, dass es auch komplexe und detaillierte Eingabebilder verarbeiten kann. Zudem ist es in der Lage, normale Maps, Tiefenkarten und Kanten von bestehenden Objekten zu schätzen, um Variationen basierend auf neuen Texteingaben zu erzeugen. Der zugrunde liegende Mechanismus nutzt ein Diffusion-Modell, ähnlich dem von Stable Diffusion und Flux, als Bildgenerator. Anschließend wird ein latenter Decoder verwendet, um das 3D-Modell zu erstellen. Eine Komponente für den 3D-Rendering-Verlust sorgt dafür, dass das 3D-Modell aus verschiedenen Blickwinkeln konsistent bleibt. Div Splat ist als Open-Source-Projekt verfügbar und kann über ein GitHub-Repository lokal installiert und genutzt werden. Nachdem DeepSeq ihr Chain-of-Thought-Modell R1 vorgestellt hat, haben sie zusätzlich ein weiteres Modell namens Janus Pro vorgestellt. Dies ist ein neues kostenloses und Open-Source-Multimodal-KI-Modell, das in der Lage ist, Bilder aus Text und Bildinputs zu generieren. Im Gegensatz zu typischen Diffusion-Modellen, die hauptsächlich mit Texteingaben arbeiten, bietet Janus Pro die Möglichkeit, verschiedene künstlerische Stile zu erzeugen, darunter realistische Darstellungen. Das Modell ist in vier verschiedenen Größen verfügbar, die sich in der Anzahl der Parameter unterscheiden. Größere Modelle liefern natürlich eine höhere Qualität, während kleinere Modelle schneller und weniger rechenintensiv sind. In Benchmark-Tests zur multimodalen Verarbeitung und Bildgenerierung schneidet Janus Pro besser ab als vergleichbare Modelle ähnlicher Größe, bleibt jedoch hinter größeren Modellen wie Flux zurück, das 12 Milliarden Parameter umfasst. Das Modell ist sowohl lokal als auch über einen kostenlosen Hugging-Face-Space online zugänglich, was die Nutzung für eine breite Anwenderschaft erleichtert. Ein weiteres interessantes Tool kommt von NVIDIA. Der Diffusion-Renderer ist ein leistungsstarkes KI-Modell, das in der Lage ist, Videos zu analysieren und verschiedene Eigenschaften von Objekten darin zu schätzen. Zu den geschätzten Eigenschaften gehören die Geometrie, die Tiefenschätzungen von Objekten, die Berechnung von Oberflächennormalen, die für realistische Beleuchtung und Schattierung entscheidend sind, sowie die Schätzung der Grundfarbe der Objekte. Darüber hinaus bewertet das Modell die metallischen Eigenschaften und die Oberflächenrauhigkeit der Objekte. Das Modell verarbeitet Eingabe-Videos in einem zweistufigen Verfahren. In der ersten Phase, der Inverse-Rendering-Phase, kommt ein Diffusion-Modell zum Einsatz, um die Farbe, Tiefe und andere Eigenschaften der Objekte im Video schrittweise zu schätzen. In der zweiten Phase, der Vorwärts-Rendering-Phase, werden die Schätzungen aus der ersten Phase genutzt, um neue Frames zu erzeugen, die unter veränderten Lichtbedingungen oder mit modifizierten Objekteigenschaften erstellt werden, wie vom Benutzer festgelegt. Außerdem möchte ich ein paar Videogeneratoren erwähnen, die ebenfalls interessante Updates hervorgebracht haben. Das eine ist der Hylou-Director und das andere Tool ist Alibaba-Wangs. Da ich allerdings im Moment an einem Video über KI-Videogeneratoren arbeite, werde ich das später genauer erklären. Allerdings werde ich euch das zweite Videotool, also Alibaba-Wangs, gleich ebenfalls vorstellen, in Zusammenhang mit dem nächsten Tool. Hierbei handelt es sich um QUENT 2.5 Max. Das ist das neueste und fortschrittlichste KI-Modell von Alibaba. Es basiert auf einem sogenannten Mixture-of-Experts-Ansatz, bei dem mehrere spezialisierte Teilmodelle miteinander zusammenarbeiten. Diese Struktur ermöglicht es dem Modell in verschiedenen Bereichen wie Programmierung, Mathematik und Textverarbeitung besonders gut abzuschneiden. Benchmark-Tests zeigen, dass QUENT 2.5 Max in mehreren Kategorien führende Modelle wie GPT-4 und Cloud 3.5 Sonet übertrifft. DeepSeq V3 ist hier jedenfalls gelistet, aber hierbei handelt es sich nicht um das denkende Modell R1. Obwohl das Modell über die Chat-Schnittstelle von Alibaba kostenlos genutzt werden kann, ist es nicht Open Source. Entwickler haben jedoch die Möglichkeit, über die Alibaba Cloud API darauf zuzugreifen. QUENT 2.5 Max bietet zudem vielseitige Einsatzmöglichkeiten, darunter Websuche, Programmierung und Bildgenerierung. Allgemein kann ich euch den QUENT Chat empfehlen, der auf der anderen Seite verlinkt ist. Dieser bietet im Moment sogar die Möglichkeit, Videos mit dem bereits angesprochenen Modell Alibaba Wanks herzustellen und das sogar kostenlos. Ich habe mir die Möglichkeit nicht nehmen lassen und eine Katze auf einem Surfbrett in einem Pool erstellt. Da dies kostenlos angeboten wird, hat das ein wenig gedauert, bis es fertig war. Aber das Ergebnis lässt sich durchaus sehen. Außerdem wurden von QUENT auch noch drei weitere Vision Modelle vorgestellt mit 3, 7 und 72 Milliarden Parameter. Und diese sind auch noch Open Source. Diese Vision Modelle sind in der Lage, Bilder und sogar stundenlange Videos zu analysieren. Dazu zählt die Objekterkennung, bei der verschiedene Objekte wie Vögel, Autos und bekannte Persönlichkeiten mit hoher Genauigkeit identifiziert werden. Zudem kann das Modell Text aus Bildern extrahieren, einschließlich Quittungen und handschriftlicher Notizen und diese Informationen in verschiedenen Formaten bereitstellen, wie zum Beispiel als Text oder als JSON. Ein weiteres Merkmal ist die Szenenverständnisfunktion, die es ermöglicht, Szenen innerhalb von Bildern zu analysieren und Fragen zu den dargestellten Geschehnissen oder dem vorhandenen Text zu beantworten. Darüber hinaus kann QUENT 2.5 VOL, also die Vision Version Bilder in HTML Code umwandeln. Dank seiner Fähigkeit, visuelle Informationen zu analysieren, kann QUENT 2.5 auch als KI-Agent fungieren, der mit einem Computerbildschirm interagiert. Also quasi wie die Operator-Funktion von OpenAI. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Buchung eines Tickets, bei der das Modell den Bildschirm interpretiert und die notwendigen Aktionen ausführt. Die Leistungsfähigkeit vom Vision Modell wird durch verschiedene Benchmarks hervorgehoben. Die zeigen, dass die größte Version mit 72 Milliarden Parametern die höchsten Punktzahlen im Vergleich zu anderen führenden Vision Modellen erreicht hat, einschließlich GPT-4 und Cloud 3.5. Falls du wissen möchtest, warum Open-Source-Modelle mittlerweile eine große Bedrohung für führende Anbieter geworden sind, dann schau dir gerne mein letztes Video über DeepSeq an, das ich hier verlinkt habe. Ansonsten danke fürs Zuschauen und lass mir gerne ein Like und ein Abo da, falls dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.